Servus Freunde, Hallo und Herzlich Willkommen Ich bin's der Fatih, das sieht man Und neue CD Präsentation Jackpot Am Freitag kam ja schon eine Und jetzt kommt die nächste, die sind zu spät gekommen Per Helikopter, die sind von Schlegsvik-Holstein So mit Schiff, Hubschrauber, Landeplatz auf H Kennt ihr diese Buchstaben an Krankenhausen, H Hannelores, Spaß Hannelores, ich liebe dich wenn du guckst Nein Spaß, jetzt fangen wir mal im Ernst an Hallo, ich bin der Fatih, okay reicht Ja, ich präsentiere die CD Von meinem Bruder, jeder Rapper ist mein Bruder Beat Hight Hab ich endlich besorgt Wie heißt das Album, ach so Spaß Retro, er hat lange kein Album rausgebracht, oder? Woher kommt er das kurz vor? In einem Stern lang, oder? Ich weiß nicht, hier sieht das so aus Retro Metro Von hinten Das ist die Limitiert Edition, glaube ich Ja, mit dem Bonus CD Also Instrument plus ein Bonus Song Ja Hammer Album Ich habe manchmal reingehört richtig Aber, ja, der Mann braucht Para Unterstützt gute Musik Also Beat Hight Retro Metro Wie gesagt Und ich fange direkt an aufzumachen, ohne zu reden Wenn ich einen zur Seite gucke Spiegel Perfekt, ob ich gut sitze Vielmann Brille, Butterfly für Arme Ist mein Butterfly für Arme Jedes Video Er wird irgendwann berühmt In jedem Video erwähne ich den Unterstützt gute Messer Auch ein Tipp Naja, ich öffne das Geöffnet Doch nicht Ah Danke Messer Butterfly Tut mir leid Für mich ist das Butterfly Ich sag's extra Weil ich so Schön anhört So Guck mal ja, Glücksgefühle Spaß, okay Bisschen Witzchen muss man machen Vielleicht komm's ja bei den Leuten an Wenn nicht, dann hab ich mich Was los Okay So, das ist Pappe oder sowas Stoff, Holz Also Stoff, Holz, glaub ich schon Sieht gut aus innen drin Gute Qualität Schöne Klassisch Sieht schön aus Finde ich Und Ja So sieht die erste Seite aus Wenn ich die öffne Retro Dickfett Hammer Ich geh bisschen näher Die CD Die CD Mach ich erstmal raus Das ist die Bonus Disc So sieht die aus Ha voilà Moment So Da steht auch Retro Doppelt Retro Hammer Bisschen dicker als die anderen CDs glaube ich Weiß gar nicht Ja Die zweite Seite Oh nein Schuhe die nicht raus Lohnt sich nicht Weil es eh gleich Hintergrund ist Steht auch Retro Aber Hier steht Das ist aber lustig gemacht Hier Hier steht Disc Warte Disc 1 Und hier steht Bonus Disc Anstatt Disc 2 Und Disc 1 Disc Disc Ja So sieht es aus Und hier ist das Kein Buchlett Aber kein Problem für uns Wir wollen ja die Musiker nicht Buchlett Aber hier könnt ihr lesen Was steht denn da Achso Ja 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 Gemastert von mir übrigens Ja Ich hab mein Meister bei Kunstwerk Ja Harte Arbeit ne Oh Oh Ganz einfach ganz schlicht Wollte mal so Warum denn nicht Unterstützt ihn Para Brauchte Arme Nein Spaß Aber trotzdem Es ist mal Zeit wieder Dass er mal Musik Also ein Album rausgebracht hat Und Retro soll echt klasse sein Hier steht halt Wie der heißt Moment So Und da unten Wie der wohnt Oder wie groß der ist Was auch immer Ja Unterschied spielt halt Und Kauft euch Retro Ja Freunde Haut rein Euer Vati Ah stopp Wenn ihr mehr gesehen wollt Abonniert meinen Kanal Chat meine alten Videos ab Ist nicht alt aber dieses Letztes Jahr Und Gebt ihm einen Daumen hoch da Wenn das euch gefallen hat Und Ja Abonnieren nicht vergesse Haut rein und peace Euer Vati Ciao